Entgegen der weitläufigen Meinung, dass Rentner keine Zeit haben, hat sich Willi Rimmel zu diesem Thema so seine eigenen Gedanken gemacht. Um 8.30 Uhr, da ist es dann soweit. Ich bin doch Rentner, ich habe noch Zeit. Fürs Frühstück brauche ich keinen Wacker. Ich hole erst die Wurst, gehe dann zum Wacker. Die Arbeit mache ich gern, ihr Lied. Ich bin doch Rentner, ich habe noch Zeit. Im Volk, den ich um Zebra streife, da kann ich es einfach nicht begreifen. Alles rennt, alles eilt. Ich bin Rentner, ich habe Zeit. Kann, wenn ich will, in Urlaub fahren. Brauche nicht mehr Zeit zu sparen. Es ist das Reiseziel auch noch so weit. Ich bin doch Rentner, ich habe noch Zeit. Brauche ich die Zigarre, kann man auch gar nicht mehr. Wenn ich jährlich zweimal noch mal lage, komme ich dann heim, dann sagen die Leute. Ja, ja, die Rentner, die haben gar gut Zeit. Wenn ich dann im Urlaub sind und setze auf meiner Bank und es rutschte mir so einen jungen Mann vorbei um mir, dann drehe ich mich natürlich gleich um nach ihr. Macht mir mir Gedanken. Manchmal verfolge ich es ja auch. Aber nur mit den Augen. Aber Gott weiß, wie weit. Ich sehe doch Rentner, ich habe doch Zeit. Ich kleide mich nach der neuesten Mode. Kenne all die Sonderangebote. Weiß auch über Bier und Schnaps Bescheid. Ja, ja, die Rentner haben Zeit. Als Rentner hat mich aber auch gar nicht leicht. Überall wirst du rumgereicht. Und dauernd kriegst du es aufs Brot geschmiert. Du bist doch Rentner, du hast doch Zeit. So manchmal, dort sind wir ja hin und dort Zwecke. Im Kopf, in den Beinen und auch im Rücken. Ja, da wird der Körbe von oben bis irgendwie impalsamiert. Ich sehe doch Rentner, ich habe doch Zeit. Sand im Getriebe. Nichts dort mehr richtig laufen. Nachts leiten wir da und schlafen mit offenen Augen. Nach einem wird geschnarcht und gestöhnt. Wir sind halt Rentner und haben sich auch da dran gewöhnt. Hier und da werden wir ja gerne noch ein wenig machen. Der Geist ist auch willig. Aber das Fleisch ist verdammt schwach. So manchmal trifft man sich nach so einem Heimspiel im Spottlerheim. Ohne etwas Böses dabei zu trinken. Wenn man reingeht, da hat man ja verdammt mal einer reingeht. Da ruft doch meine Frau schon von weit. Geil, die Rentner, hat doch wieder mal Zeit. Schnupptuch, Bröll und Rosenkranz. Alles habe ich dabei. So schnell gehe ich heute nicht nach Hause. Und vom Spottlerheim bis ans Kreuz ist ja nicht weit. Und außerdem sind ich Rentner und lange nach Hause zieht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020